Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Royce mit mir, Elo Dingens. Mal gucken, was wir jetzt hier noch an Achievements rausholen können. Ich habe jetzt nach dem letzten Let's Play auf alle Fälle nicht weitergespielt. Und, äh, can you walk giant, create a boulder, that can't be, okay. Und press any key, ah, space, nicht space, nicht space, so. So. Die Choosen People schlägt da mir vor. Finish an error with only one village, which has, okay, also ein. Okay, finish an error with only one, okay, das geht jetzt auf alle Fälle nicht gleichzeitig. Aber wir können uns ja mal auf vielleicht diese beiden konzentrieren. Choosen People, das heißt, wir brauchen mit dem Ocean Giant. Und, da brauchen wir erstmal Ocean. Drei Warmwalkers. Naja, man könnte auch das Ganze groß machen. Und, wenn man das groß hat, das Village, dann könnte man natürlich entsprechend, fünf Desert Markers bis in Range, okay, dann könnte man entsprechend vielleicht ein Dings bauen. Und dann, ähm, auf der anderen Seite nochmal ein Ozean oder so. Gucken wir mal. Okay. Jetzt bauen wir noch erstmal hier, ne, wir wollen da ja da. Ne Frucht. Die Pfeile hießen irgendwas. Bauen wir hier mal die Fruchtplant. So, hier haben wir jetzt schon mal ein Dorf. So, wo war denn das, hiermit konnte man auf alle Fälle die größer machen. So, jetzt regnen die da schon mal. So, jetzt regnen die da schon mal. So, machen wir doch hier mal schon mal ein Animal daneben. So, jetzt sind wir hier Tiere. Lesser Potato, lesser... Da muss man sich noch mal dran gewöhnen, wo die Predator ist, da. Okay, die hat man noch nicht, wenn man da noch keinen Ambus oder auch kein Dings hat. Okay, wenn da Mineralien in der Nähe sind. Das sind die Tiere. Das sind die Tiere. Das sind die Tiere. Plus heim... Wenn da ein Mineral in der Nähe ist. Okay, er sagt aber, er würde da lieber keine Mineralien reinpacken. Und hier sind die Früchte. Was braucht denn der Schrein? 15. Auch mehr Reichtum. Dann machen wir doch hier noch ein... Warum will der da kein Animal... Achso, weil das außerhalb der Reichweite der Stadt ist. So, hier haben wir die... Hier haben wir das Essen. Dann haben wir hier... So... Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal... Könnten wir zumindest schon mal den Schrein bauen. Können wir hier auf der Seite mal einen Sumpf... Machen wir nämlich doch mal ein zweites... Dorf... Und dann lassen wir das im Notfall immer platt machen. Wir brauchen ja drei Warm Markers. Das ist da drüben schon mal genug Desert. Was machen denn die Herbs? Ähm... Es gibt Tech. So, die wollen eigentlich haben... Achso, das ist jetzt wahrscheinlich eh schon zu spät. Dann kann ich die jetzt nochmal drüber drüben. Geht dann der Aspekt weg. Das ist gut. Lesser Leaf Aspekt für... Strawberries. Nehmen wir da doch mal Strawberries draus. Mineral Range. So, weil das... Na, ist egal. So, da müssten wir jetzt ja eigentlich einen richtig guten... Schwung an Dings haben. Dann machen wir hier mal Erdbeeren draus. Achso, das geht nicht. So... Okay, eigentlich der Lesser-Potator-Aspekt. Ich glaube aber den haben wir noch nicht. So... Ähm... Reaction... Potato... Auf dem... Achso. Ne. Hier gibt's den Exotic. Hier gibt's den... Rot. Hier dann wahrscheinlich okayer Crystal. Und der würde kriegen... Reaction. Ah... Was für Mineralien abzugreden? Na komm, nimm du den mal. Machen können. Okay. Okay. So, die sind noch da drinnen. Dann machen wir die doch mal da drauf. Lesser-Nobel, Lesser-Seismir. Ist das auch... Kann man das mit den Farben rauskriegen? Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist braun und... Ah ja, okay. Okay. So, jetzt müsste das Plus... Wenn da überhaupt eins mit in Reichweite ist. Okay. Lesser-Reaction. Haben wir den nicht? Ne. Reaction wäre auf dem anderen gewesen, ne? Okay. Alles ist gut. Es geht voran. Und Nomaden... Ziehen durch den... den Planeten. Fünf Ocean Badges bis in Border... Naja, das sind glaube ich noch ein bisschen viele. Könnten eigentlich hier drüben mal... Wenn wir hier jetzt... eine Mine bauen... Man müsste sich da ja eigentlich ein... ein zweites Dorf ansiedeln. Theoretisch. Das ist natürlich immer schwierig. Man braucht halt beide. Irgendwie... ein Schrein. Healthy News. Food in Use. Okay. Das ist das Dorf. Und das geht bis... da. Das heißt immer... da... einmal Food hin. Und... ein Animal können wir jetzt nicht daneben machen... weil... da ist nicht genug Platz. Willen Schrein... wollen sie... 15 Food. Lesser Growth Aspect. Das ist gelb, gelb. Gelb ist dann Wasser oder... Ja. Okay, dann zieh ihn mal hoch hier. Irgendwie müsste man jetzt hier noch... So, die machen noch kein Food. Aber der hier drüben müsste ja jetzt eigentlich ganz gut laufen, ne? Achso, der andere Aspekt, den haben wir ja schon, weil der... Ja, die Stadt wird noch nicht größer. Was haben wir sie denn? So, brauchen wir Essen. Und auch schon fast überall am Cap. Müssen wir sie mal... größer machen. Da ist noch Platz. Achso, da ist der... Plus 2... Plus 10... Ja, das ist... Da müssen wir das maximal mal auf... Werten. Aber wir haben wahrscheinlich weder den Lesser Exotic... Oh. Da haben wir ihn schon mal 7. Was brauchen die denn noch? Die brauchen... Noch mehr Food und Health... Äh... Well... Das macht... Viel... Okay. Dann gucken wir den mal da hin. Können wir mal Essen da nehmen. Ist ja jetzt nicht cool, aber... Ah, die sind eigentlich ganz gut die Domestic Animals. Aber die zählen hier wahrscheinlich nicht. So. The Temple Challenge. Okay. Die wollen noch mal größer werden. 70 Food... Und 70... Reichtum. Okay. Dann ersetzen wir glaube ich den mal... Durch... Die hier. Weil daneben ist ja dann das Animal Nest. Ach, sorry. Sollte ja... Da hin. So, dann haben wir nur noch das Problem mit dem Essen. Und zwar sehr schlecht sind die gerade. Aber Natura brauchen wir nicht. Und die haben wir noch nicht hier. Geht mittlerweile auch bis da. Okay. Wir hier so ein Domestic Animal machen. Wovon profitiert das? Okay. Machen wir es erstmal hin. Und dann können wir es uns ja nochmal angucken. Das hier ist schon mal eine ganz gute Kombo. So... Lesser Hurt oder Lesser Hand. Da werden sie zu Kaninchen. Und sie machen mehr Futter. Also richtig viel Futter war das ja jetzt gerade nicht. Okay. Der Lesser Hurt... Warten wir mal. Gelb. Hm. Gelb ist... Das ist das Wasser Ding. Aber der kriegt hier... Nicht so cool. Der Predator Expect. Okay. Da kriegt er Danger von. Und Mineral. Und Mineral. Okay. Um studieren. Wenn man da jetzt nur nochmal Kaninchen daneben macht. Das bringt nicht so viel. Aber die Madeline ist einererererererererererererererererererererererererererererererer Setzen. Okay, mach erstmal hier. Brecht uns ja nachher eine Mine... ...plus 3... ...fut, wenn ne... ...Blowberry ins... ...in der Reichweite. Achso, jetzt macht's natürlich... ...nexturplant. Okay, also genau andersrum. Das heißt, wir machen das Kaninchen dahin... ...und die Frucht dahin. Na komm. Schneller, schneller, schneller. Dahin. Jetzt müsste das hier... ...ansteigen. So. Eine Blueberry... Was sind das Blueberries? Ja, okay. Aber... ...ja, das reicht sogar um... ...um da... ...zu adden. Stauwasser, ja? Okay. Es hat also geklappt. Das heißt, wir können dasselbe dann nochmal hier machen. Und... ...mit dem das da machen. Dann macht das nämlich 28,4 anstatt 21. Und das bleibt dann... ...ja, der kann eigentlich erstmal so bleiben. Der ist dort. Ist eigentlich egal. Oh, äh... ...habe ich jetzt doch was anderes gemacht? Oh, nix. Okay. Okay. Macht also 26. Nein, das reicht noch nicht ganz. Hm. So. Das sind jetzt... Okay, dann machen wir aus dem hier wieder... ...Erdbeeren. Ne, Blaubeeren. Und dann müsste es reichen. Ja. Okay. Und hier drüben, wie sieht's hier aus? Okay, ihr seid am... So, sind nicht gierig, beide Städte, glaube ich. So, die hat... ...145. Okay. So, die müsste sich dann jetzt hoffentlich auch nochmal weiter ausbreiten. Die hier wäre eigentlich noch überflüssig im Augenblick. Hm, die sehen eigentlich ganz zufrieden aus hier, die Jungs. Eigentlich können wir das andere hier gleich mal abreißen, glaube ich. Na, vielleicht auch nicht. Tempe-Challenge, okay. Äh... Food-In-Use, Hals-In-Use, also im Prinzip genau dasselbe. Nur, dass wir hier wahrscheinlich keine... ...Erdbeeren hinkriegen. Okay, so plus 10, wenn es direkt neben einer anderen Pflanze ist. So, der Kristallaspekt. Glauben und... Und hier gibt's... Okay, dann nehmen wir erstmal den her. Und hier haben wir jetzt eine Pflanze hingesetzt. Jetzt hat die 17. So, jetzt hatten wir... Mit dem Lesser Growth machen wir daraus Food. Äh, Lesser Growth war... Gelb, das war hier. So, da mal ein Nobel machen. Und da auch, am besten. Fangen wir mal mit dem Nobel mal hier an. Weil die geben nämlich... Äh, wie war das? The next to another plant. Weiß ich das noch? Da ist das eine Tupas-Mine. Und dasselbe machen wir hier. Und... Hier ist schon wieder was ganz anderes. Ah, Dragon Food. Plus 8. If next to a plant. Okay. Das ist zwar nicht mehr ganz im Dorf, aber das machen wir da trotzdem noch. Und der Dragon Food ist mit dem... Okay. Nun kosten wir die hier mal auch auf. So, 50. 50 ist noch viel zu... 50 und 50. Hilfe. Jungs, da müsst ihr mal noch ein bisschen... bisschen Gas geben. Ich mein, 19 ist ja schon auf alle Fälle besser als hier. Gehen wir jetzt hier hinten ne... ne Minerals ran machen. Warte doch. Warte doch. So, das ist zumindest schon mal... auf der Warte der richtige Ansatz. Okay, wir haben jetzt das erste Wasser-Ding draußen. Was kann man denn da bauen? Die Frage ist, was brauchen wir denn hier? 153, 85... ...und was ist das hier? Overrose... ...for each nature on this patch. Und dieser Himmel. Ich mach einfach mal Exotic Animals. Und dann schmeiß ich die hier wieder weg. Die wollen Bananen. Okay. Okay. Wenn man da jetzt so ne 17er daneben... ...und so ne 19er würde reichen. Guck mal. Jetzt haben wir hier ein Exotic Animal. Ähm... Clownfish or Patriot. Okay, von Clownfish brauchen wir den... ...Lesser Hurt. Haben wir, glaub ich, noch nicht. Das war der hier. Und Lesser Exotic haben wir auch nicht. Okay. Okay. Ein Lesser Grow aus Gelb ist hier. Dann batchen wir den hier erst mal ran. und machen die mal zu Agaven hier auch und daneben mal noch eine Pflanze, damit das weiter ansteigt. 69! Nein! Wollen wir mal gucken. So, also haben wir nicht, haben wir auch nicht. Dann lassen wir das erstmal. Hier haben wir Hühner. Wenn wir da natürlich einen Appletree wäre natürlich besser da eigentlich nochmal Erdbeeren daneben zu machen glaube ich. Bei mehr als 4 können wir da definitiv hin. Das sind nämlich dann schon 8. So und Erdbeeren mit dem Nestleleaf. Ja, das sieht doch schon gut aus. Ja, eine halbe Stunde müsste ungefähr rum sein. 30 Minuten, genau. Deswegen machen wir jetzt erstmal eine kurze Pause. Bis gleich, tschüss!